Am 9. bis 11. findet von der Alpenwelle das Leukerbad Openair statt. 2019 haben wir, unsere Künstler, Calimeros, Leonhard Partjelder und viel mehr und unter anderem auch, wie ich dabei sein darf. Ich freue mich schon auf euch, wenn ihr auf Leukerbad kommt. Schaltet die Alpenwelle ein, kommt auf Leukerbad und feiert mit uns. Haltet Sorge, euer René Bisang.